Also, Schatz, ich muss es dir endlich sagen. Ja? Sorry, aber in solchen Augenblicken, da muss einfach alles stimmen. Und wir hier, wir sind auf alles vorbereitet. Aha. Keine Sorge, junger Mann, die Runde geht aufs Haus. Machen Sie ruhig weiter. Ja, also, was ich sagen wollte. Ja, also, Ines, ich muss dir... Ich wollte... Lassen Sie sich nicht stören, ich bin überhaupt nicht da. Hör zu, Ines. Ich weiß nicht, wie ich dir sagen soll, dass... Dass deine Augen leuchten wie Sterne am Firmament. Was? Ja, los, sagen Sie es hier schon. Deine Augen leuchten wie Sterne am Firmament. Deine Augen leuchten wie Sterne am Firmament. Und du hast das wunderschönste Lächeln auf der ganzen Welt. Du hast das wunderschönste Lächeln auf der ganzen Welt. Ja? Ja. Und es ist aus. Ich bin jetzt mit Sabine zusammen. Puh. Naja, zum Glück. Gibt's auch dafür was. Danke. Nein! Ach, alles muss man selber machen. Anfänger!